Hallo zusammen, ich bin der Schrebel Raphael, komme von BD Aristau aus dem schönen Freiamt. Das ist meine Vigor Varina, wurde ein Vater Schneis. Die Kuh hat uns 11 Mal abgekalbert, hat eine Lebensleistung von knapp 130'000 Liter. Im Durchschnitt pro Land gab es 9500'000 Liter. Sie hat momentan gerade gut 10 Tonnen Fett und Eiweiss gemacht. Sie ist vom Charakter her eine sehr gebige Kuh, eine ruhige, eine zahme. Im Stall merkt man sie eigentlich kaum. Genau so, wie man eine Kuh möchte. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere schöne braune Kuh heutzutage auszeichnet. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017